So meine Lieben, da sind wir wieder. Weil wir ja gestorben sind, sind wir jetzt schon wieder hier. Ähm, ein Mann namens Isran hat mich geholt. Ja, bla 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 bla. Ähm... Nein, ich seh... Puh ey. Ähm, die Dämmerhaus würde mich befehlen. Wollt ihr nicht für Vampire übrig, wie? Überlegt mal. Wenn ihr mich tötet, habt ihr einen Vampir getötet. Aber wenn Leute hinter mir her sind, muss es um etwas Größeres gehen. Ich kann euch helfen herauszufinden, worum es geht. Wohin müsst ihr gehen? Ich wohne auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens... Ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. So, Serana? Ich weiß es ebenso wenig wie ihr. Ja, dieser Ort hat sich gegenüber damals, als ich weggeschlossen wurde, stark verändert. Äh, F5. Äh, F5. Hör du auf! Und da ist der erste Tod! Was? 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 Lass mich in Ruhe! Was? 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 Was hat denn ein Skelett, ey? Gargoyle! Alles meins. Alles meins. Oh, da geht's hoch! Guck mal! Hier geht's hoch! So, ich bin mal gespannt, wer Serena ist. Ich habe keine Ahnung. Hm, Altstür. Oh, da hat er einen Schalter. Schalter? Ich habe einen eigenen Schalter. Hier ist... Upsala. Du trägst zu viel, Kollege. Entschuldigung. Entschuldigung. Also, besser. Wo ist hier? Einen Schalter. Ich suche einen Schalter. Einen Schalter, um die Tür zu öffnen. Verdammt. Hör auf weg zu rennen, du dummes Ding, du. Hör auf weg zu rennen, du. Hör auf weg zu rennen, du. Ich weiß noch, wie man kennt. Ich bin das mal. Es hat sich so viel als Freund zusammen. Hör auf weg zu rennen, du. Du, oh, ich bin das mal kaputt. Ich weiß noch nicht. So, aber wir können jetzt da rein. Was sind wir hier? Der, wasser mal. Skelette sind echt schwach. Hier oben ist noch der... Guck mal. Oh, 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 ey, wie warst du so da? Hier. Warte mal hier, ne? Warte mal gleich mal hier. Oh, wo ist so da? Du wurdest in Waffnet? Du brauchst bei mich, Alter. Langsam. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das und... Wo ist meine... Axt? Axt. Was ist meine Axt? Was ist meine Axt? Was ist meine Axt? Woher seid ihr gekommen? Was ist meine Axt? Meine Axt! Meine Axt! Wo ist die? Was ist meine Axt? Was ist meine Axt? Was ist meine Axt? Das ist eigentlich wirklich ein Tauber. Ja, aber was... Was mache ich jetzt mit dem? Weg. 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 Was ist... Da oder was? Da oder was? Aus der Lebenskraft entziehen. Ja. Toll, der Arsch hat meine Waffen kaputt gemacht. Was ist meine Axt? Ich glaube, ich will mit so'n Schwätern rum, ey. Ich glaube, ich will mit so'n Schwätern rum, ey. Das, das und das. Wie denn? Danke. Arschgeburt. Toll! Meine Axt ist weg. Jetzt habe ich mit so'n Schwätern durch die Gegend... Das ist wegen Städte, das verkaufen wir. Jetzt kann ich mit der noch nicht mehr in Städte gehen. Ich meine, das ist ein dummer Vampir. Direkt getötet. Arma, das ist Spaljan. Ja, und jetzt? Das bringt Serana nach Hause. Verschiedenes. Wo kommt Serana nach Hause? Wo wohnt ich jetzt? Da. Das ist doch was jetzt, oder? Wie ist du, wie weit das ist, Mädel? Wie ist das? Mädel, nicht mit mir. So weit lach ich nicht. Jetzt. Ich lauf erstmal nach Weislauf. Und von Weislauf holen wir unser Pferd. Und dann können wir weiter reden. Bam, bam, bam. Eisen. Stahl. Stahl. Stahlplattenstiefel. Stahlplattenpanzerhandschuhe. Bereale Helm. Zwergenbogen. Nein. Nee. 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 Welle. Kann mich hier ein bisschen ane? Nee, da steht dran die Dame an. Tischwelle. Ich habe hier einige. Ich sage nicht, dass ich... Werft einen Blick darauf. So. Neffenschnitt. So. Und. Vergesst nicht auf drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Neff mich schnell, Mädel. Äh. Stahl. Geht sehr gesch... Leder. Mal Leder irgendwie. Ist auch ein cooler Schild. Schilder wäre cool. Wenn ihr den Scheiße nicht habt, der ist vom Darsch. Geht. Gilder. Nordroth. Können wir's machen, Mann. Hunting knife. Schau mich. Eisen. Wir haben jetzt ein Sehr gut. Sehr gut. Ist raus. Dumme Fläche klingelt hier mal jetzt. Kennt ihr meinen Vater? Er ist, ich helfe mal. Klingen, Helme, so ziemlich alles was ihr braucht. Alles. Dann gehe ich mal. Dann gehe ich hier rein. Wir haben klein. Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Oder ist coole Sachen? Ist teuer. Ist auch teuer. Ah, ne Gott. Das gab ich. Das brauche ich. Da, das brauche ich nicht. Kannst du wieder haben. Ich habe noch irgendwas für mich. Klappe ist teuer. Ist teuer. Ist teuer. Ist teuer. Ist teuer. Brauche ich nicht. Tal. 400. Garfisch. Ja, garfisch auch. Nein, das ist teuer. Nein, nein. Ist teuer. Ist teuer. Viel zum Teil. So, du verkaufst immer zum Teil. Oh, hallo. So, jetzt haben wir noch ein Mädchen mehr im Thema. Oh, Serena. Vampir. Nice. Da ist noch irgendwie was cooles. Ich bin... Äh... Das ist alles so scheiße. Wir machen noch einmal Ausdauer. Dankeschön. Schießkunst wäre super. Dann haben wir mal aus dem Kartoffeln. Was ist das? Warte, ich kann... ...10%. Ja, dann machen wir das. Weil bin ich witzig. Stealing wird. Das bringt gar nichts. War nicht irgendwas gescheites? Ah, so Brand. Das wär cool. Aber dafür fehlt mir was. Fine Crusader Swords. Jetzt hab ich kein Stealing wird mehr. Kann ich das so anziehen, das wär super nice. Ja, dann zieh ich die Beine an, dann kann ich die verkaufen. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn wir etwas suchen. Ja, ja, ja. Das ist schon zu, oder was? Ich sage nicht, kennt ihr meine Klingen, Helme, so ziemlich alles was ihr braucht. Oh nein. Nicht kaufen. Verkaufen, man. Verkaufen. 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 Dankeschön. Verkaufen. Verkaufen. Wir gehen jetzt ... So, dann stehen. Und kaufen uns ein Pferd. Und danach werden wir nach Demerstern, Stadt Demerstern, ich weiß gar nicht, wie die Stadt da oben heißt. Da werden wir hingehen und danach reiten wir rüber zu den Leuten da. Wo ist mein Stahlschlitz, wo ist mein Pferd, wo ist mein Pferd, wo ist mein Pferd. Was? Hä? Was für eine wundersame Stadt, so offen. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt. Can I buy a horse? Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Ist das kein Sattel? Pferd, ich hoffe du kommst mit, weil ich jetzt... So, ich kann euch zugeben, wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Katzschit oder so nennen sie sich. Wie lange das? Ich bin nicht so ausgedrückt. Ich spiege die Katzen mal aus. Ich bin nicht so ausgedrückt. Ich bin nicht so ausgedrückt. Das ist das bei der Katzen des Dämmerschtern. wenn ich den Weg finde was sind das jetzt oh man, Dimmerstein entdeckt und wieder zurück kein Interesse falsche Stadt, egal, passiert man, sieht sich in der nächsten Folge ciao Musik Ja, ja, ja!